Wir haben RB Leipzig Spieler Emil Fausberg in einen Formel 1-2-Sitzer gesteckt und Leipzig unsicher gemacht. Das Gesamtpaket hier in dem Auto ist wirklich wahnsinnig. Das Auto soll ja so auch laut sein. Kurz in den Rennanzug steigen und schon kann es losgehen. Der Fahrer? Kein geringerer als David Coulthard. So for a little drive. Der Fahrer? Kein geringer.